Vor 100 Jahren ereignete sich ein grausames Massaker in einem Viertel, das immer für seinen Frieden und Wohlstand bekannt war. 1921 verwüstete ein weißer Mob aus 10.000 Bürgern das reiche und das von größtenteils schwarze bewohnte Viertel Greenwood in der US-amerikanischen Stadt Tulsa. Das Massaker von Tulsa ist einer der tragischsten und beunruhigsten Fälle rassistischer Gewalt in der US-Geschichte. Es ist das Ereignis, das mit Blut in die Geschichte von Tulsa, Oklahoma eingegangen ist. Mehrere hunderte Afroamerikaner starben an diesem Tag. Dennoch wird es in den Geschichtsbüchern selten erwähnt. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid gesund und munter. Heute sprechen wir mal über ein anderes Thema und zwar über ein Massaker, das sich vor 100 Jahren in Tulsa, Oklahoma ereignet hat. Bevor wir aber damit anfangen, würde es mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, schnappt ihr eine Tasse Tee und vielleicht einen Snack und dann würde ich mal sagen, gehen wir 100 Jahre zurück nach Oklahoma. Ab Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich zahlreiche Afroamerikaner in Oklahoma angesiedelt. In Tulsa selbst war eine starke schwarze Gemeinde entstanden. Nach der Entdeckung von Ölquellen wurde die Stadt Tulsa zur Boomtown und die von Schwarzen besiedelte Gegend wurde von den weißen Bewohnern als Little Africa bezeichnet. Die Familien früherer Sklaven aus den Südstaaten fanden hier eine neue Heimat und auch einen Arbeitsplatz. Bis 1920 hatte Tulsa über 100.000 Einwohner und stieg weiter an, wobei viele der neuen Bewohner schwarze waren. Die weißen Bewohner waren über die ansteigenden afroamerikanischen Bewohner in der Nachbarschaft nicht sehr erfreut. Aufgrund dessen erließ die Stadt 1916 eine Segregationsverordnung. Schwarze und Weiße wurden voneinander getrennt. Schwarze durften in keinem Block leben, wo 75% der anderen Bewohner weiß waren. Schwarze Bürger mussten sich anderswo ein Zuhause suchen. Das schwarze Viertel von Tulsa wurde Greenwood genannt. Trotz der rechtlichen Segregation blühte das Viertel und seine Bevölkerung auf. 11.000 Schwarze wohnten in diesem Viertel. Greenwood hatte eine Apotheke, ein Krankenhaus, ein Theater, eine Schule, eine öffentliche Bibliothek, zwei unabhängige Zeitungen, ganze 13 Kirchen und war voll von schwarzen Unternehmen. Darunter auch das größte schwarze Hotel des Landes. Die Gegend kam zu solch einem Wohlstand, dass Greenwood als Black Wall Street bekannt wurde. Ein friedliches Nebeneinander war es aber keineswegs. Mitten in der Jim Crow-Ära, der Zeit, in der Schwarze als faul, primitiv, dumm und kriminell dargestellt wurden. Vor allem in den Südstaaten der USA galten die Gesetze zur Rassentrennung und Diskriminierung. Gleichzeitig galt Tulsa als ein Zentrum der Aktivitäten des Ku Klux Klans, einer rassistischen Geheimbund, der nach dem Bürgerkrieg aktiv und für zahlreiche Morde an schwarzen US-Amerikanern verantwortlich war. Schätzungen zufolge waren im Dezember 1921 rund 3.200 Bewohner Tulsas Mitglieder des Ku Klux Klans. Der Klan galt als ein mächtiger Akteur im Stadtleben. Das wohlhabende Greenwood weckte bei vielen weißen Bürgern Misstrauen und Neid aus. Ein Funken reichte, um Rassen-Ressentiments hochkochen zu lassen. Und dieses Fünkchen lieferte ein Ereignis am 30. Mai 1921, als ein 19-jähriger Schuhputzer namens Dick Rowland das Braxel Building betrat. Er musste ein öffentliches Bad benutzen, aber weil er schwarz war, schränkten ihn die Segregationsgesetze auf die Benutzung von Einrichtungen an der Spitze des Gebäudes ein. Um dorthin zu gelangen, musste man den Aufzug nehmen. Und dort traf Dick Rowland, die weiße Fahrstuhlführerin, eine 17-Jährige namens Sarah Page. Was im Aufzug geschah, ist unbekannt. Aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass ein Angestellter in einem nahegelegenen Kaufhaus etwas hörte, was er für eine schreiende Frau hielt. Er ging dem Geräusch nach und sah einen jungen schwarzen Mann aus dem Gebäude laufen. Dann fand er Page im Aufzug. Er sagte, sie sei in einem Zustand des Schreckens gewesen, sodass der Angestellte Schlussfolgerte, dass sie angegriffen worden sei und meldete dies der Polizei. In einem Artikel berichtete die Tulsa Tribune, der schwarze Schuhputzer Dick Rowland, 19 Jahre, habe versucht, eine 17-jährige Weiße zu vergewaltigen, die in einem Bürogebäude den Fahrstuhl bedient hat. Umgekehrt berichtete die Autorin Mary Parrish weniger als ein Jahr nach den Ereignissen, dass der Schwarze nur zufällig auf die Schuhe des Mädchens getreten sei. Ob er sie tatsächlich an einem so öffentlichen Ort angegriffen hat, bleibt unklar. Der Inhalt von Sarah Pages Aussage gegenüber der Polizei ist auf jeden Fall verloren gegangen. Aber sie lehnte die Anklageerhebung gegen Rowland ab und es wurde keine Fahndung durchgeführt. Rowland wusste jedoch, dass die bloße Anschuldigung, eine weiße Frau angegriffen zu haben, ihn zum Ziel eines wütenden weißen Mob machen könnte. Mit dem ganzen Hass und der Einversucht Greenwood, also dem reichen schwarzen Viertel gegenüber, haben die Weißen auf ein Fünkchen gewartet, bis sie endlich, ja, eine Ausrede haben, um aktiv zu werden. Und dieses Gerücht alleine war für die weißen Bewohner von Tulsa gut genug. Die weiße Zeitung Tulsa Tribune, die für ihre sensationellen Einstellungen bekannt war, brachte die Geschichte in ihrer Nachmittagsausgabe mit der Schlagzeile, Zitat, Schnappt euch den Schwarzen, da er ein Mädchen im Aufzug angegriffen hat, Zitat Ende. Ja, ganz vorne auf der Ticketseite. Dick Rowland tauchte daraufhin bei seiner Mutter unter, die in Greenwood lebte. Dort wurde er von der Polizei verhaftet und in ein Gerichtsgebäude gebracht. Gerüchte, dass Rowland gelüncht werden würde, verbreiteten sich in Tulsa wie ein Lauffeuer. Und am 31. Mai 1921 bis 19.30 Uhr hatten sich schon hunderte von weißen Bewohnern vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Nur ein Jahr vor diesem Vorfall hatte ein kleiner Mob einen weißen Mordverdächtigen namens Roy Belton gelüncht. Und der neue gewählte Sheriff Willard McCulloch wollte einen ähnlichen Vorfall diesmal vermeiden. Gegen 20.30 Uhr betraten drei weiße Männer das Gerichtsgebäude und verlangten, dass Rowland ihnen übergeben werden soll. Der Sheriff weigerte sich jedoch und schickte die Männer nach Hause. Aber es änderte sich nichts. Im Gegenteil. Um 21.30 Uhr war die Menge auf Tausende angewachsen. Der Sheriff geriet immer weiter unter Druck. Etwa zu dieser Zeit kam eine Gruppe von 50 bis 60 bewaffneten schwarzen Bürgern an, um den Sheriff zu unterstützen, den jungen Mann Rowland vor dem weißen Mob zu schützen. Der Sheriff lehnte ihr Angebot ab. Aber ihre Ankunft alleine hatte viele der weißen Bürger veranlasst, selbst nach Hause zu gehen, um ihre eigenen Waffen zu holen. Einige versuchten sogar Waffen aus einem nahegelegenen Arsenal der Nationalgarde zu stehlen. Um 22 Uhr traf eine zweite Gruppe bewaffneter schwarzer Bürger ein, um den Sheriff zu unterstützen, wurden aber auch dieses Mal wieder abgewiesen. Was auch bei diesem Punkt nicht sehr klar ist, denn es gibt hier unterschiedliche Aussagen. Zum einen meinten die schwarzen Bürger, der Sheriff habe sie gebeten, zum Gerichtsgebäude zu kommen und ihn zu unterstützen. Aber der Sheriff sagt auf der anderen Seite, dass er niemanden um Hilfe gebeten hat. Es steht also Aussage gegen Aussage und es war einfach eine sehr frustrierende Situation für alle Beteiligten. Als die zweite bewaffnete afroamerikanische Gruppe das Gerichtsgebäude verließ, näherte sich einer der weißen Bürger einem schwarzen Kriegsveteran, nannte ihn irgendeine rassistische Beleidigung und versuchte, seine Waffe zu nehmen. Und bei diesem Gemängel löste sich ein Schuss. Und dann brach die Hölle los. Beide Seiten begannen zu feuern, aber die kleine Gruppe schwarzer Bürger war 20 zu 1 in der Unterzahl und sie zogen sich in ihr Viertel nach Greenwood zurück. Und hier fängt es erst so richtig an, denn der weiße Mob folgte ihnen den ganzen Weg bis nach Greenwood. Und auf dem Weg dahin benutzten sie die Schießerei als Vorwand, unschuldige Afroamerikaner abzuschießen. Sie haben einfach so random Leute auf der Straße erschossen, die zum Beispiel gerade aus dem Supermarkt kamen. Ein nicht bewaffneter schwarzer Mann wurde sogar von der Straße bis in ein Theater gejagt und auf der Bühne erschossen. Einfach so. Die örtliche Polizei bezeichnete den Vorfall als einen Aufstand der Afroamerikaner und entsandte fast 500 Weiße, um die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Aber das Absurde daran ist, dass von diesen 500 Weißen viele Mitglieder erstmal aus dem Ku Klux Klan waren oder schon zu Beginn Teil des Lynch-Mobs waren, die die ganze Situation erst verursacht hatten. Diese neuen Hilfskräfte wurden angewiesen, sich zu bewaffnen und es wurde denen dann befohlen, Schwarze, die ihnen verdächtig vorkamen, wenn es denn sein muss, auf den Straßen zu erschießen. Am Morgen des 1. Juni war der Mob auf etwa 10.000 weiße Bürger angewachsen. Sie strömten in den Bezirk und plünderten, zerstörten und ermordeten Schwarze zu Hunderten. Andere Weiße brachen in schwarze Häuser ein und verhafteten die Bewohner. Jeder, der Widerstand wagte, wurde sofort getötet. Aber der Weiße Mob blieb nicht nur dabei, wahllos Menschen auf offener Straße zu erschießen, was schon schlimm genug ist. Nein, sie fing dazu noch an, die Häuser und Gebäude in Greenwood niederzubrennen. Und ich denke, ab diesem Zeitpunkt sollten die Weißen Behörden merken, dass es sich nicht mehr bloß um einen schwarzen Aufstand handelt. Oder? Nein? Nein? Okay. Book Colbert Franklin, wohnhaft in Tulsa und Anwalt zu dieser Zeit, war Zeuge der Zerstörung von Greenwood. Er erinnerte sich, dass er etwas hörte, das wie Hagel auf das Dach seines Bürogebäudes fiel. Er schaute aus dem Fenster und sah ein Hotel in Flammen aufgehen. Es brannte von oben nach unten nieder. Dann bemerkte er ein zweites Gebäude, dann ein drittes, dann andere, die alle von oben nach unten anfangen, niederzubrennen. Als er in den Himmel schaute, bemerkte er Dutzend Flugzeuge, die über ihm kreisen. Durch eine dicke Rauchwolke konnte er sehen, wie sie brennende Terpentinkugeln auf die Dachflächen verschiedener Gebäude und Häuser fallen ließen. Andere Berichte besagten, dass weiße Männer Kugeln aus den Flugzeugen abfeuerten und schwarze Bewohner erschossen, während sie auf der Straße entlang gingen. Die Flugzeuge, wie sich herausstellte, waren militärische Doppeldecker-Trainer aus dem Ersten Weltkrieg und starteten vom Curtis Southwest Field etwas außerhalb der Stadt. Das heißt, die Flugzeuge zünden die Gebäude und die Häuser in Greenwood an und die Bewohner, die natürlich aus ihrem Haus fliehen, weil das Haus fucking niederbrennt, werden dann auf der Stelle erschossen. Können wir darüber mal reden? Anstatt jedoch den weißen Mob ins Visier zu nehmen, verfolgten viele der Truppen stattdessen die schwarzen Bewohner. Über 6000 Menschen wurden verhaftet und in der Convention Hall eingesperrt und nicht einer von ihnen war weiß. Das muss man sich mal geben. Auch der Anwalt Franklin, dessen Geschichte wir ja verfolgen, wurde festgenommen und nachdem man ihnen das Bargeld weggenommen hatte, ins Versammlungszentrum des Viertels gebracht, wo zahlreiche Bewohner Greenwoods eingesperrt waren. Zitat Zitat Ende Und um noch dreist einen draufzulegen und Salz in die Wunde zu streuen, war die Schlagzeile der Morning Tulsa Daily für den Tag Zitat Zitat Ende Der Artikel behauptete, 500 bewaffnete Weiße hätten heldenhaft tausende bewaffnete Schwarze abgewehrt. Später am Tag fügte ein andere Schlagzeile Öl ins Feuer, indem sie ausrief, Zitat Viele weitere Weiße erschossen, Zitat Ende Viele suchten die Schuld am Massaker bei den Schwarzen, wie der Generaladjutant Charles Barrett, Anführer der Nationalgarde, selber sagte, Zitat Passt auf Wenn man diese ersten bewaffneten Schwarzen eilig festgenommen oder bei der Weigerung, sich zurückzuziehen, auf der Stelle erschossen hätte, würde dieser furchtbare Schandfleck jetzt nicht auf ihrer Stadt haften. Zitat Ende Ich lache nicht, weil ich es lustig finde, sondern weil ich wirklich einfach schockiert bin, dass so etwas Unfaires von Grund auf passiert ist. Und es kommt sogar noch schlimmer Die toten Afroamerikaner wurden von den Medien völlig ignoriert und die Grand Jury war bereit, die Schuld für die ganze Sache den Menschen von Greenwood zuzuschieben. Als alles vorbei war, war das Viertel, das einst als schwarze Wall Street bekannt war, unwohnbar. Schwarzen Geschäftsleuten und Hausbesitzern wurde von den Gerichten eine Entschädigung verwehrt und ihre Versicherungsgesellschaften weigerten sich, den Schaden zu decken. Ein Beispiel, das Stratford Hotel war das größte Unternehmen seiner Art, das einem Schwarzen in den USA vor der Bürgerrechts-Ära gehörte. Das Stratford Hotel hatte 54 Zimmer und war mit Luxus wie Kristallkronleuchter ausgestattet und war irgendwo im Bereich von 75.000 Dollar wert, was heute ungefähr eine Million Dollar wäre. Dennoch wurde es zusammen mit dem Rest von Greenwood während des Massakers zerstört. In einer gerechten Welt hätte Stratford eine Entschädigung für seinen Verlust erhalten, aber 1921 war Tulsa alles andere als gerecht. Stratford, dem das Hotel gehörte, wurde zusammen mit 69 anderen Männern verhaftet und der Anstiftung zum Aufstand angeklagt, der sein eigenes Hotel niederbrannte. Später kam er auf Kaution frei und flüchtete aus dem Staat, um nicht gelünscht zu werden. Dick Rowland wurde nie im Zusammenhang mit dem Vorfall im Aufzug angeklagt. Nach dem Massaker verließ er schließlich Tulsa und kehrte nie wieder zurück. Absolut verständlich. Rückblickend spekulieren viele, dass der angebliche Angriff auf Sarah Page lediglich ein Vorwand für die weißen Bewohner Tulsa war, um eine erfolgreiche schwarze Gemeinde zu zerstören, die sie schon immer gehasst haben. Erst 2001 wurde die Stadt für das Massaker in Greenwood mitverantwortlich gemacht, da die Polizei selbst aktiv an den Gewalttaten des Mobs beteiligt war. Die Stadt Tulsa wurde angewiesen, Entschädigungen an die Überlebenden des Massakers und ihre Nachkommen zu zahlen. Bis jetzt wurden sie immer noch nicht ausgezahlt. So, das war's mit der Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen bzw. ihr fandet es interessant. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, was ihr von dem Fall haltet. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht und schockierend zugleich, wie viele Ereignisse es doch in solcher Art in den USA gibt, die aber kaum in Geschichtsbüchern überhaupt thematisiert werden. Was total schade ist und ich denke, da machen andere Länder wie unter anderem Deutschland einen viel besseren Job, die Vergangenheit aufzuarbeiten und auch Verantwortung zu übernehmen. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, was ihr von der Geschichte haltet. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt alle gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.